Seit fast 30 Jahren messen sich die besten Breakdance-Crews aus aller Welt hier in Deutschland beim Battle of the Year. Am 21. Oktober erlebt ihr in der Grugahalle in Essen ein Event mit einzigartigen Shows und feurigen Battles. Welche Crew holt sich dieses Jahr den Titel? Seid ihr bereit? Hoop!